3, 2, 1... Hallo und herzlich willkommen zum siebten Tag der Microw-Woche. Es ist nicht nur der letzte Tag der Microw-Woche, sondern es ist auch mein letzter Ferientag. Das heißt, es wird jetzt ein bisschen unregelmäßiger Videos kommen, aber es ist okay, denn den Oldscomanday will ich immer noch beibehalten. Ich werde es schaffen, meine Freunde. Aber Schule geht vor, merkt euch das. Schule ist wichtiger. Auch wichtiger als meine... Nein, so wichtig jetzt auch nicht. Aber, was wichtig ist, ist, dass der Dude da mal hier Tschüss sagt zu dieser Welt, die Papa selbst doch auch nur mit Alk aushält. Und ihr werdet den Titel wahrscheinlich schon gelesen haben. Ja, Bewusstlos im Wasser. Das alles als eine Real-Life-Story. Darüber werde ich euch gleich mal erzählen. Ich fange mal von ganz Anfang... ...vom Anfang an. An. Ich fange von Anfang an an. Das ist natürlich geistreich, diese Aussage. Huh, schisch. Verpiss dich, du Pisser. Nämlich gehe ich seit, ich glaube, vier oder fünf Jahren in den Schwimmverein. Da gehe ich dann in so ein Jugendzentrum vom DLRG. Jede Woche, am Freitag immerhin. Und mache da ein bisschen Schwimm-Schwimm. Boah, das rhymes, Alter. Und demnach, seitdem ich das... ...weil ich das halt schon seit fünf Jahren mache, geht's da auch schon ordentlich zu. Oh, also, ordentlich zu. Es liegt jetzt, als würden wir uns alle aufs Maul hauen. Da wird dann schon hart trainiert. Also, wenn du da raus bist, bist du immer komplett am Arsch. Wobei ich das Gefühl sehr mag, muss ich so sagen. Dann hatten wir angefangen, wir hatten ja Ferien. Beziehungsweise, ich habe jetzt auch noch diesen einen Tag Ferien. Und da sind meist nicht so viele da, deshalb machen wir da Freischwimmen. Das heißt, kein Training. Einfach nur, ja, Freischwimmen, ne? Und da dachte ich mir, hey, ich gehe heute an die Grenzen. Mach mal hier viel härter, als es beim Training wäre. Und dann hatte ich da richtig hart angefangen. Habe aufgehört, erst dann, als ich Kotzreiz hatte. Und dann kam der Trainer so raus. Hey! Warum aimen mich alle ab? Das ist kacke. Ähm, komm, hey! Ihr habt ja Bock auf Training, Alter. Machen wir mal hier mit sechs Leuten. So. Und demnach war das dann so. So, erst mal 20 Bahnen abtauchen. Alles klar, geil. Als das dann geschafft war und das Training vorbei, ich dachte mir, hey, ich bin doch ein guter Taucher. Ich kann nämlich auch tauchen beim Schwamm. Ich kann doch zwei Bahnen tauchen. So. Zwei Bahnen kann ich auch tauchen. Mach ich auch jede Woche. Alles easy peasy. Und dann dachte ich mir so, hey, wie wär's, wenn ich heute an drei Bahnen tauche? Ja. Drei Bahnen. Ich war immer davon überzeugt, dass ich zwei Bahnen, dass das eigentlich fast jeder kann. Also jeder trainierte jetzt aus meinem Verein, weil für zwei Bahnen werde ich echt schon bewundert, da. Das klingt voll arrogant. Aber ist halt so. Weil das halt keiner aus dem Meter kann. Auch ältere. Und für die werde ich schon bewundert. Da dachte ich mir, hey, komm, ich tauche mal drei Bahnen. Das ist wichtig. Das wäre eben pretzif, wenn ich jetzt drei Bahnen tauchen würde. Ich habe erst mal so fünf Minuten lang die ganze Zeit Luft geholt, wenn man das halt macht vorm Tauchen. Aber diesmal halt ein bisschen noch länger, weil ich die drei Bahnen machen wollte. So, erste Bahn, locker easy. Dachte mir noch, okay, okay, das ist ein guter Run, glaube ich. Ich habe noch ein bisschen Luft. Zweite Bahn. Ja. Ging mir auch besser als sonst. Dachte ich mir, komm, jetzt geht's los, Alter. Jetzt mache ich die drei Bahnen. Ich bin getaucht. Die dritte Bahn. Ich war etwa bei der Hälfte der Bahn. Und da wurde mir dann schwindelig. Ja. Nachdem ich zwei Bahnen durchgetaucht bin. Möchte ich nochmal so sagen. Natürlich ohne aufzuatmen. Mit einem Atemzug drei Bahnen. Das war mein Ziel. Dann war ich bei der Hälfte ungefähr, der dritten Bahn. Und dort wurde mir dann schwindelig. Ihr kennt das vielleicht von alten Röhrenfernsehen. Diese bunten Punkte, dieses Störbild. Diese bunten Punkte. Ich schaue mal, ob ich das irgendwie als Effekt hier irgendwo einblenden kann, wenn ich es finde. Jedenfalls werde ich das dann einblenden. Bowkill. Boah, da ist er richtig stolz. Du Bowamper. Und da hätte mein gesunder Menschenverstand mir eigentlich sagen sollen. Hey. Tauch doch auf. Ja. Aber meine Willenskraft, sie war da. Meine Willenskraft war da. Jeder andere normale Mensch wäre auch schon nach der ersten Bahn aufgetaucht. Weil es einfach nicht angenehm ist, keine Luft mehr in der Lunge zu haben. Mir wurde schwindelig. Juckt mich nicht. Ich mache weiter. Und dann, äh, ja, hm, wurde mir schwarz vor Augen. Ja. Ich habe geträumt, während ich bewusstlos war. Und ich weiß nicht mehr genau von was, aber es war auf jeden Fall komisch. Und da bin ich aufgewacht. Und da waren meine zwei Kollegen von Danke Rico und Danke Luca. Äh, ihr habt mir den scheiß Arsch gerettet. Ja, dann haben die mich ums Wasser gezogen. Die dachten erst mal, ich hätte sie verarscht. Sie dachten erst mal, ich hätte sie verarscht und würde es nur tun, als wäre ich, äh, ja, bewusstlos oder ertrunken oder sonst was, weißt du? Aber so war das nicht. Ich, ich war halt wirklich bewusstlos in dem Wasser da unten. Ja, und das war dann unpraktisch. Dann haben die erst mal gelacht. Und dann haben sie gemerkt, oh, ich glaube, der Dude, der sieht so ein bisschen blass aus. Ich glaube, denen geht es doch nie so gut. Dann haben sie mich rausgeholt. Dann bin ich aufgewacht. Ich war so eine Minute nochmal bewusstlos. Hat sich angefühlt wie zehn Minuten ungefähr. Und so war das mit meinem Erlebnis. Ja. Ist großartig. Schisch.